So, dann fangen wir mit Weizen an. Für die Hühner. Wieso hätten wir einen Tag später erstmal kaufen sollen, die Hühner, ne? Das haben die uns schon Geld gekostet. Ach, verdammt. Egal. Gucken wir mal. So, Ziel ist es heute, das erste Feld zu schaffen, ne? Dann ist es erstmal wieder Feierabend. So, wir machen mal hier die Tür nochmal auf. Zack. Ah, herrlich. Ah, ich finde den Hof mega. Mega. Ich finde den Hof mega. So, dann rasieren wir hier rüber schon, genau. Und was sagt denn das Feld? Jetzt brauchen wir, ähm, wo ist geflügt? Ah, flügen müssen wir denn. Okay. Ich flüge dann hinterher. Ich habe auch richtig Bock. Richtig Bock. So, ich flüge hinterher. Dann nehmen wir uns auch gleich den größeren. Hier, 3,50 Meter. So. Zack. Und Big Mac, dein ganzes Geld schon auf den Kopf gehauen? Was passiert, wenn man ein Kondom, ein Loch hat? Dann kommt es zu einer Kindesüberrechnung. Okay, ja. Oh, Mann. Äh, wo war jetzt der Händler? Ah, vorne. Ah, ich habe richtig Bock drauf hier. Ach, unsere schönen Traktoren. Ach, und bitte auf die Hühner aufpassen hier, ne? Nicht die Hühner überfahren. Die haben ja mitten auf dem Hof auch cool gemacht, dass die hier so rumlaufen. Mal gucken, wie wir jetzt da wieder rauskommen. Ah, den, den, den Weg muss ich mal ein bisschen merken hier. Oh, das leckt ein bisschen. Ha, unser erstes Feld hier. Let's go. Ah, ist das entspannt, Leute. Wüsst ihr, was ich heute esse? Ich könnte mal raten. Habe ich mir verdient. Ey, fahr doch. So. Oh, mega. Mega, mega. Wo ist unser, äh, da ist unser Teil. Zack. So. Äh, Witz, Marcel ist schön und intelligent. Äh, Witz, vor allem, ja. Genau. Bockwurst? Nee. Nee, nee, keine Bockwurst. Aber jetzt habe ich immer Bock auf Bockwurst. Nee. Ich werde mir heute einen Döner holen. Ich wollte ihn ja schon am Wochenende holen, den Döner. Aber, habe ich ja doch nicht gemacht. Jetzt hole ich mir den endlich mal. Geht nämlich schnell, für die Pause, schnell einen Döner reinpfeifen. Und dann geht es um 15 Uhr weiter. Oh, die Lenkung ist aber ziemlich schwammig geworden, ey. So, dann gehen wir mal rein hier. Zack. Und wenn man mal das für Flügeln, meine Freunde. Ach ja, für die Flügeln war ja, ähm, der Traktor richtig scheiße, ne? Wir hätten jetzt doch einen guten und einen schlechten holen sollen. Ah, verdammt. Warte mal kurz. Ja, wir holen zu uns den besten Traktor. Das ist besser für das Flügeln. Weil hier mit 3 kmh fahren, ist ja nervig, äter. Nee, da hole ich mir einen besseren Traktor. Der Dämon, hi. Nee, einen guten Traktor. Welchen Traktor soll ich holen, Leute? Ihr könnt mal reinschreiben. Weil wir wollen aber von vorne anfangen, klar. Aber auch trotzdem den einen oder anderen guten Traktor noch haben. Hier, Großtraktor. Eins schön mit viel Power. So. Weil mit den Flügeln ist sonst echt eklig. Hier diesen Glas nehmen wir hier, ne? Wie viel Power soll er haben? 400 PS. So. Hab gestern 10 Verbleibende gezogen. Nice. Fend 10,50. Ja, Fend ist auch gut, ne? Fend können wir auch, ne? 10,50. Oh, der hat 500 PS. Ja, der ist natürlich noch besser. Der hat schön Power hier. Ja, einen guten Traktor brauchen wir. Dass wir uns hier nicht rumquellen, ne? So. Ja, einen guten Traktor brauchen wir für den Start hier. Einen guten. Die anderen haben wir denn für kleinere Sachen denn. So. Drei Traktoren reichen denn erstmal. Und nicht 1 Cent ausgegeben. Oh. Mega. Na, sag mal hier. Was ist mit meinen Sachen oben hier, Steffen? Na, hör mal. War alles teuer. Teuer Geld. So. Auf geht's. Ah, da brauchen wir auch einen Stein sammler, ne? Da können wir ja den anderen Traktor für nehmen. Genau, Stein sammler. Oh, der zerber leckt aber ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Effektiv arbeiten heißt, äh, nicht im Weg, äh, parken. Hey, hey. Na, sag mal. Na, sag mal. Oh, da rast da voll in die Hauswand rein. Hey. Was habe ich da nicht für Mitarbeiter, ey? So. Achso, wir fahren immer im Kreis, Leute. Das ist natürlich dann besser. Oh, ich habe ein bisschen schlampige Arbeit gemacht hier. Gucken mal. So, und dann hole ich uns dann noch ein, äh. Achso, und Tommy zockt auch bei Twitch. Denkt dran, heute Abend ist ein, äh, only Twitch-Stream, ne? Ganz wichtig. Schickt noch euren Song rein, ne? Es kommen mindestens die ersten acht, ne? Ein größeres Song-Metal machen wir heute nicht. Wir wollen es heute nur testen, erst mal. Und Benny, hi. Schickt euren Song auf Discord rein. Das mache ich ja in der Pause, denn. Lass die Songs dann hinzufügen. So. Ja, das brauchst du nicht reinschreiben, Z-Good, ne? Man soll den schon vorher fragen, wenn man mitspielen möchte. Auf die neuen Leute. Wenn, wenn, ähm. Für welche Fragen kannst du es da reinschicken, ne? Darf jeder mitspielen, auch ohne Discord, äh, auch ohne Discord diesmal. Kann jeder mithelfen hier. Das soll ein richtig krasser, schöner Gemeinschafts-Server sein hier. Könnte alle mithelfen hier. Und dann werden wir bei dem Hof hier hoch, 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 hoch pushen. steinsammler elo bitte okay den steinsammler elo bitte steffen das habe ich vermisst steffen nicht wieder die ansagen hier ja steinsammler und als nächstes dann mal gucken wie geht's würde gerne mitmachen mitspielen ja wir müssen mal ein befehl machen für das passwort denn was ich mal reinschreibe passwort ist das datum wenn du mitmachen möchtest und server ist ruhig brauner dann komm einfach rauf und schön das kann jeder mitmachen dann werden die aufgaben verteilt aber denkt dran wir machen bis 14 uhr kurzen heute heute ist nur ein feld heute ist nur ein feld so steinsammler steinsammler steiner ich muss noch kurz gucken wo waren das steinsammler hier steinsammler elo möchte er haben natürlich ja elo ist mal gut ja bei den geräten da wenn man nicht sparen weil es ja auch nicht so mühselig sein die praktikanten kriegen die kleinen geräte denn ein bisschen schlampige arbeit hier ich muss aber erst mal wieder die linien hier irgendwie lernen am besten habe ich schon noch ein flügelgerät an die flügel gehen wir haben nur einen traktor einen guten aber ich glaube man kann auch trotzdem steine einsammeln oder ich halte die bahn irgendwie nicht so richtig bonus punkte haben wir schon ok warte jetzt gleich los leute aber warum lecken der server so ist aber nicht toll so wie sieht es aus wer wollte mitspielen wie gesagt noch kann man mit ps4 rauf joinen aber später geht das denn nicht mehr die steine wenn man aufheben steffen ja die wenn man irgendwo weg ab ab lagern er der server heißt ruhig brauner muss einfach eingeben denn und passwort ist das datum ohne punkt also heutige datum jetzt wollen wir mal kurz punkte raushauen zack so bei anhänger achso sehr schön aber warum leckten der server so steffen irgendwie ist es komisch war auch damals nicht das problem gewesen mit dem server warum hängt denn der so ich dachte das haben wir jetzt mit dabei auf den hingekriegt mit den servern hier das hat sich ja nicht nicht verbessert hier und dann in dem halben jahr das hat sich ja nicht verbessert hier boah liegen ja viele steile auf dem boden alter falter kann ich auch nichts zu sagen hier das ist das scheiße alter falter ich hoffe das ist nur heute so so da müssen wir mal gucken denn müssen wir mal schauen es ist auch schon aus der boden jetzt mit dem stein sammeln sehr schön sehr schön sehr schön ja das feld schaffen wir heute auf jeden fall hier das ist unsere heutige aufgabe hier das war heute wieder auf aber wo so hier kommt alle klar im chat sehr schön so gg arg hi ich bin äh ich bin spende dir 50 jahre wenn du meinen echtnamen rausfindest tipp war mal auf deinen arg server ja auf meinen arg server waren viele leute äh das ist das kann ich nicht herausfinden ey das server ist ja scheiße irgendwie wenn es nächstes mal auch so ist dann äh dann ist ja kacke auf meinen arg server waren viele kann ich nicht wissen wie leckt das denn so ich habe erst überlegt ob ich mir einfach keinen gemieteten server hole einfach nur von der playstation aus oder von pc aus gibt es ja auch kostenlos aber ob es dann besser läuft weiß ich nicht noch mal schauen in zukunft müssen wir mal schauen was ist das passwort ich bin list passwort ist das heutige datum 0506 22 so bei twitch allen einzelnen chat ja ja mach mal ruhig gut tipp 2 du hast sehr viel mit unserer gruppe zu tun hat es sehr viel mit unserer gruppe zu tun er dann trends oder was ich hatte mit viel mit der gruppe zu tun gg arg aber ich muss ja was ich habe ein bisschen was vergessen die steine kommen wieder raus wenn ich darüber fahre ja und das leckt wieder ne leute das ist scheiße oh man da müssen wir mal gucken ob das denn besser wird oder ob wir was anderes machen denn gucken wir mal schade ich dachte das haben die hingekriegt hier langsam mal nach einem halben jahr mit den servern aber irgendwie anscheinend noch nicht mach erst mal flügel ja ja ich flügel so da ist er sehr cool was möchtest du was möchtest du machen bei dem feld hier wir gucken gleich mal ich bin gleich fertig hier so und dann nice sieht auch fresh aus sieht er ne schön grün arbeitsbegeistert sehr nice ich fahr bis zum kreis und hab gleich fertig hier meine arbeitstechnik ist ja auch katastrophal hier ne oh mann der radios wird immer kleiner oh mann geiler du kriegst auch gleich noch eine aufgabe ja anfangs ist auch nicht viel zu tun wir haben aber erst heute gestartet den server ne karek wir haben ja heute ist der erste stream wieder der erste strebe den server hier ja mal gucken aber der auf das feld ist dann ein bisschen zu tun hier du kannst auf jeden fall einmal rüber spritzen wenn du willst da ist irgendwo aber noch ein traktor weiß wie man springt genau und wir haben hinten im schuppen guck mal da ist eine spritze genau kannst du schon mal rüber spritzen denn ich werde gleich das zeug holen erst nach dem ansehen spritzen ach so dann kannst du trotzdem schon mal her holen die spritze dann hole ich gleich die sehmaschine und dann einer seht der andere spritzt dann gleich danach ne was hat das hier ne später werden wir wieder mehrere ähm felder haben dann haben wir auch alle was zu tun ne es ist aber nur ein feld heute ne beim nächsten mal wird jedes mal ein feld dazu kommen denke ich mal dass wir auch lange spaß dran haben werden so nice oh da ist noch ein bisschen was übrig viel umständliches ich mir das gemacht habe hier ne so letzter letztes ding so zack ey super so dann äh dass du auch was machen kannst ähm Karek komm mal kurz mit komm mal kurz mit du kannst jetzt äh mit dem traktor hier äh die sehmaschine holen die ich jetzt gleich kaufen gehe geh mal zum shop den shop musst du selber suchen auf der karte ne der ist ja gleich in der nähe dann geh mal die äh die saatmaschine holen so dann werden wir es noch schaffen bis um 14 Uhr ne zack sehr schön dann holen wir mal die saatmaschine ach es macht spaß wieder das macht spaß das macht spaß meine freunde so ähm welche saatmaschinen nehmen wir denn das ist ein kleines feld erreicht eigentlich die hier wieder ne ja das hammer und dann ähm bigpacks saatgut so mal zwei so zack kann erholen gehen und auffüllen gleich das haben wir noch vier millionen ey wir haben schon eine million ausgegeben ne äh wir brauchen Weizen für die unsere Hühner als erstes wir fangen mit Weizen an wir fangen mit Weizen an boah sind auch schön aus das Feld ne unser startens neue Glück hier hab das game hier rumliegen hast du bald wieder artzimmer oder kann man PS4 mitmachen hätte bock ja mach ich bald wieder aber weiß noch nicht wann muss ich mal gucken ja macht spaß aber nur das einzigste problem ist halt dass da selber so leckt müssen wir mal gucken ob das besser wird denn oder ob ich da irgendwas ändern muss so das haben wir haben die Hühner schon Eier gemacht ne ne wir brauchen Essen dafür für die Hühner ja wir brauchen auf jeden Fall ähm Weizen warte mal kurz wo sieht man denn ach da 0 Liter genau hier 150 0 Liter ah sehr schön sehr cool sehr cool sehr cool genau kannst ja ruhig wie du möchtest kreuz und quer machen ne wir nehmen das nicht mehr so äh so äh ernst hier ne das soll effektiv und schnell gehen ne weil es ja eh nur ein Spiel da ist die Bahn ist ja eh egal ne Hauptsache wir haben alles da mit Weizen voll denn so Steffen was machen wir jetzt so ähm wir müssen da noch rüberspritzen der Vorgang was denn noch eigentlich was steht denn hier gedüngt 50% ach ja düngen auch ne ja bitte Daibo Power Roll was ist das denn bitte Daibo Power Roll was ist das denn Walze ach Walzen willst du da auch noch rüber oder was aber steht nicht hier warte mal kurz Walzen willst du da auch noch ach doch ja hier Walze ja ja da kann man ja die billig ähm Traktoren nehmen dann holen wir uns dann eine Walze aber nicht so ne große Walze sondern hier so ne die hier die ähm zwölf Meter Walze die reicht dann kannst du abholen gehen ja ja genau wir wollen es ja perfekt machen ne kannst du abholen gehen und dann müssen wir mal Walzen und dann rüberspritzen Perfekt Ertragsbonus haben wir schon 75% ne das ist gut ne so Herbizid braucht eigentlich nicht da geflügt stimmt eigentlich braucht man gar nicht rüberspritzen ne denn noch rüber Walzen und dann rüber äh achso und dann ist auch gesät schon denn noch rüber Walzen ne denn ist perfekt oha easy Leute easy ok sehr schön was macht unser Kollege denn so wir gucken mal kurz ähm so ok alles klar tschüss Fortschritte motz was ist das ok tschüss alles klar tschüss ok tschüss hä bist du im falschen Chat so servus zusammen schönen Nachmittag zusammen grüße euch alle hier drauf ja wünsch äh dir auch ne so dass ich deine Nachricht nicht gelesen habe Fortschritte Models oder motzels sorry weil ich bin ein bisschen äh in meinen in meinen Fieber hier in meinen Alice Fieber so oha das leckt heute ziemlich krass ne da müssen wir mal gucken sorry sorry sehr cool gut bin wir da Ferris hi was geht ok das haben wir denn hier müssen wir mal kurz Plan machen hier ja äh seht und dann machen wir hier ah ist doch schön ne am ersten Tag haben wir hier gleich kräftige Helfer ne richtig cool er macht hier auch eine schöne Saat drauf perfekt Weizen Steffen ähm walzt dann rüber genau dann haben wir unser unser erstes Ding ja schon fertig unser erstes Feld ah perfekt Leute macht er gut der Chef hat nichts zu tun ne ne so dann haben wir es hier aber äh es ist noch nicht 100% ne Steffen wir sind nur bei 77% wir müssen dann rüber düngen ja ich düng nochmal rüber genau aber rüber düngen wenn es einmal anseht ne besser ne einmal gewachsen ist oder ich glaub wenn es einmal gewachsen ist rüber düngen oder naja naja wollen wir gleich rüber düngen ich kann ja erstmal die Sachen kaufen ähm Düngungsmaschine Düngungsmaschine nein das ist doch kein Mogeln ja so ich löse auf äh muss sowieso gleich noch weg mach das jetzt bin ich mal gespannt weil ich das jetzt gleich lese ne dann ist klar aber mir führt das kein anderer Name mehr ein uff weiß ich nicht da 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 so ähm seetechnik ne wir brauchen Dünger ne Dünger 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 hier Dünger ist teuer aber den Kleinen ja ne wie den Kleinen ähm auf jeden Fall ohne ohne Dings hier genau den denn immer dann werde ich mal das Dünger äh Düngungszeug holen gehen so ähm Mineraldünger Korn Kali ist das das richtige Mineraldünger Korn Kali Mineraldünger ja so dann werde ich mal holen gehen und dann schön schön Dünger Dings da Lass doch Steffen schon holen oder was? ey lass mich mal auch mal was machen hier Leute nicht hier alle Arbeit hier an an Finger reißen hier wir brauchen auch was für unsere schönen Folgen hier meine Freunde achso ne das war jetzt Tarek fein hast du auch schon aufgeladen mein Freund hat es gereicht oder was? hast du schon Dünger? hier ist doch noch das Paket ein Freund hat er vergessen oder wie? hä? Tarek? Dünger? der 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 liegt hier noch komisch das andere ist Saatgut ach habe ich das falsche geholt achso das ist achso achso hast du nicht beides reinbekommen Saatgut achso okay gut stimmt ja egal dann braucht man keinen Saatgut verkaufen wir werden auf jeden Fall noch Silos holen wir haben viel ganze Zeug ne später denn oh sieht doch nice aus unsere erste Aufgabe hier perfekt dann kann man alles einpacken hier ne 14 Uhr und dann haben wir das ne meine Freunde wie gesagt nächste Woche geht dann der zweite Stream los ne ähm parkt man irgendwo hin Leute ne und auch alles schon weg ach guck mal Steffen ist immer ein guter Arbeiter hier ne der macht immer alles schon ordentlich hier da haben wir hier noch einen Hof so zack dann Dings sehr schön hat doch Spaß gemacht na mal gucken ähm am Montag ist ähm er die zack ist Planet Coaster Donnerstag ist ähm Anno und mal gucken wann wir den LS22 machen an welchem Tag auf jeden Fall gibt es da nochmal einen Stream am Abend 18 Uhr so wie sieht unser Feld aus wir gucken mal kurz 99% perfekt habt auch noch rüber gedüngt schön perfekt Leute nice sehr cool das ist doch schön ne haben wir gut gemacht Leute haben wir sehr gut gemacht perfekt perfekt wo ist äh Tarek alter Asser sehr schön ja die Türen können wir ruhig alle offen lassen immer ne dass wir mal durchlaufen können passt schon ne Steffen komm wir machen jetzt nicht mehr zu fangen Leute komm wir nicht mehr zu fangen hab dich du bist du bist Steffen Steffen ist dran da los du musst äh fangen oh Scorb er ist ein geiler Hof zum Fangspielen nein 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 renne renne um den Baum rüber oh ey wie wie kommt der da hoch hä oha man kann nicht auf dem Dach rauf hä wie ist der da rauf gekommen wie kommt der da rauf er kennt er kennt den Hof schon ne oha 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 einfach Cheater he 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 geil einfach Cheater oh me ja ey was sagst du zu den Hof Tarek den ich ausgesucht gesucht habe hier für den für unser äh Projekt kannst du da mal reinschreiben äh äh Note 1 bis 10 10 ist best äh beste und eins ist scheiße mach weg die Mist so das ist ein Leiter äh das ist eine Leiter glaube ich achso das soll eine Leiter sein nein das ist eine Bretter hier ist keine Leiter ja sehr gut oder ne der Hof ist auch voll mega wir haben vorhin schon Rundgang gemacht ne ich hasse auch alles Schweine Kühe hast du alles schon hier ne wenn wir nach und nach dann auftunen perfekt ne so das ist eine Leiterung das ist eine Leiterung das ist eine Leiterung